servus leute was geht herzlich willkommen zu einem neuen video ich mache mal wieder ein kreuzer dresden und übrigens das möchte ich sagen ich habe meine facecam in diesem video nicht an das hat nichts mit der facecam am sich zu tun also ich hatte schon einschalten nur mal hier ist ein beweis okay es ist halt so dass ich jetzt ein bisschen einsparen werde als erstens muss man sagen zurzeit facecam ist eh unnötig zurzeit ich meine irgendwann kann ich besser aber zurzeit ist es halt auch einfach so dass die videos immer lecken und deshalb gucke ich zurzeit nach der ursache vielleicht ist es ich weiß nicht vielleicht ist es jetzt besser so also natürlich wie immer ich war ein kreuzer rätsel wenn ich etwas nicht weiß gebe ich den buchstaben vor obwohl es natürlich ist eine kleine neuerung gibt nämlich auch der buchstabe w gebe ich ebenfalls vor warum ganz einfach weil meine tastatur ist kaputt und ich krieg kein weh raus mehr jeder buchstabe funktioniert außer b naja der laptop wird dann auch langsam kaputt nach zwei jahren äh verkehrsmittel bruder das wollte ich nicht machen das müsste die bahn sein lol dann habe ich keine ahnung aber das hier jing und jang frisisch insel okay arabischer staat uae echt nicht dann habe ich keine ahnung ach er redet master auf ich habe keine ahnung time ist nicht richtig grüße gehen übrigens raus an alle meine kirmes fans die dr achi bald master of time kennen okay family-eye figur peter es wäre logisch dass sie peter griffen nennen abkürzung kraftfahrzeug pk das war gar nicht pkw okay pkz kenne ich nicht dann ist das z ob ich dachte es wäre pkw und weil ich wenig eingeben kann ja gebiet in nahost rinder fett es ist kein speck englisch osten ist palmenfrucht eigentlich kokos es ist keine kokosnuss ich weiß auch nicht wie man das hier schreibt ich habe keine ahnung schöpferwesen gott firmenzeichen mehrzahl logos natürlich initialen dürers kenne ich nicht ausruf der freude ne unrund was ist das alles deutschland aberti ssl War ja klar. Kurz für Theresa. Die ist Junge, doch nicht da. Die Junge. Ah, das Frauenname. Kananu. Sauce. Sauce. Was ist eine Suße? Okay, mir ist schon mal streitig. Spende. Ja, der Bonus, aber... Komm, gib vor. Oh, Bonus, Junge, was ist das? Palmenfrucht. Rockgruppe Pink. Klo. Ausschank. Barrr. Überflüssig. Ohne. Keine Ahnung. Verkehrsmittel. Komm, nee. Ach, komm, wir machen den Dürers. A, D. Ja, keine Ahnung. Sehr kräftig. Arb. Da frage ich mich, die ganze Zeit, was sind das? Was ist... Juhu. Geil, ey. Ja, keine Ahnung. Gebiet in der Ost. Gaza. Es ist tatsächlich Gaza. Rinderfett. Keine Ahnung. Servierbrett. Servierbrett. Äh. Ein Servierbrett. Das ist nämlich auch echt ein Tablett. Hm, keine Ahnung. Altgriechischer Philosoph. Hihihi. Thanos. 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 Okay, das Rinderfett ist mit G. Ach, keine Ahnung. Mutlos. Dumm. Ne, Junge. Keine Ahnung. Was will der von mir, Alter? Der Ausruf der Freude. Heilig. Alles falsch. Selbst das Heil. Englisch. Einheit. Unit. Unrund. Lit. Junge. Ein Gebäudevorbau. Haus. Hause. Ah. Die können mich mal. Entspannte Situation. Ruhe. Gebäudevorbau. Ein Erker. Arts. The Flyer Art of Flying. Und wieder grüße gehen raus. An meine ganzen Kirmes Fans unter euch. Ausruf der Freude. Heiß. Heiße. Du heiße Sau. Heiß. Heiß. Junge. Heißer. Ausruf der Freude. Heißer. Junge. Also. Noch hab ich noch nie immer dem gehört. Also ich kenne Ausruf der Freude als Juhu oder Yippie. Und auf jeden Fall ist auch geil. Aber doch nett. Heißer. Hey Leute. Ich hab heute gewonnen bei irgendwas. Heißer. 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 Bruder. Okay. Verkehrsmittel. Ne. Sehr kräftig. Spalp. Stalp. Komm. T. Oh. Das. Oh. Ach so. Das war die ganze Zeit falsch. Das war nie PK irgendwas. Scheiße. Ich hab das die ganze Zeit falsch gelesen. Das war natürlich. Es ist natürlich KFZ. Oh. Leute. Kein Wunder war ich so verwirrt. Klar. Rockgruppe. Das ist dann natürlich dann Pink Floyd. Dann so. Und das ist ne Dattel. Junge. Natürlich war ich die ganze Zeit so verwirrt. Ich hab dann einfach bei Kraftfahrzeug PKW hingeschrieben. Natürlich. Also. Natürlich ist ein PKW ein Personenkraftwagen. Das Kraftfahrzeug ist KFZ. Ja. Jetzt macht es alles Sinn. Und das Verkehrsmittel ist das Taxi. Kein Thai. Wo sind wir hin? Thailand. Wer wird. Nein. Ein Taxi. Schweizer Ferienort. Schweizer Ferienort. Junge. Ich kenn nur Davos. Schöner Ort. Also schön in den Bergen und so. Keine Ahnung. Komm. Das geb ich mal vor. Skat. Vorname Berlusconis. Junge. Das geb ich auch noch vor. Und es war Silvio. Okay. Wusste ich nicht. Wie gesagt. Friesische Insel. Oge. Kenne ich nicht. Ansprache. Mutlos. Ah. Eine Gasse. Oh. Eine Kneipe. Und unrund ist. Keine Ahnung. Eik. Kenne ich nicht. Mutlos. Feige. Du feige Sau. Servierbrett. Europäische Hafenränge. Europäische Hafenränge. Oder Ränge. Keine Ahnung. Zara. Sagt mir nichts. Und das Rinderfett. Sagt mir auch nichts. Und Servierbrett. Bla. Eine Platte. Und das. Keine Ahnung. Tang. Tag. Talg. Die kenne ich nicht. Hip. Angesagt. Trendy wie mein Bart. Flächtwerk. Hm. Überflüssig. Und nicht. Ob so nicht. Nee. Das gibt's nicht. Hä? Eine Spende ist ob... Hey Junge. Was ist das? Warum z... Aber dass er das hier nicht irgendwie als falsches so angibt, das geht mir schon auf die Nerven. So was ist hier noch irgendwas falsch? Ach. Keine Ahnung. Junge. Das geht mir gerade so auf den Sack. Okay. Geflechtwerk. Und Korb. Also ein Korb. Kenne ich persönlich nur von den ganzen Frauen, die mir mein ganzes Leben ein Korb gegeben haben. Traurig. Indischer Frauenname. Junge. Ich... Keine Ahnung. Okay. Ansprache. Rede. Ja, war nicht leicht für mein kleines Erbsenhirn. Trotzdem hab ich es geschafft. Dann würde ich jetzt sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Keine Ahnung, was ich mache. Falls euch dieses Video gefallen haben solltet, dann lasst ein Like da. Und wenn euch mal nach anderen Videos gefallen, dann teilt dieses Video euren Freunden. Ich mein, ja, ihr könnt auch ein Abo da lassen, aber weiß grad nicht. Ne, was sonst seid ihr nur wieder inaktiv und das macht halt auch... Und es schadet halt auch meinen Kanal. Weil, ja, das blablabla muss ich auch nicht immer sagen. Hört mir, ich kann halt so. Ich bin zu... Ja, ich bin zur Zeit auch nicht unbedingt motiviert, halt Videos zu machen. Das hat ja auch der eine ganz klar auch gesehen, der eine Abole kommentiert hat. Der Grund, das weiß aber keiner. Das ist, weil, ganz einfach, weil, sagen wir es so, ich weiß direkt, dass dieses Video auch kaum jemand ansehen wird. Und das bockt, und dann bockt es mir auch nicht. Dann fahre ich meine ganze Qualität und so weiter runter. Ich mein, jetzt nicht das Lecken und sonst irgendwas, dafür kann ich wirklich nichts. Ne, mit Qualität meine ich nur, ja, ich mach ein Video und lad's dann hoch. Macht halt noch irgendeinen Titel und das war's. Ich mach keine Tappen ist mehr oder sonst irgendwas in den Videos. Weil, wie gesagt, guck dir keine Ahnung, aber da auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Keine Ahnung.